Wie wohnen eigentlich die Backstreet Boys? Wir haben für euch mal die Suchmaschinen angeschmissen und das hier gefunden. Fangen wir an mit Nick Carter. Der Sänger lebt in dieser gigantischen Villa in Las Vegas. Weiter geht's mit Howard Doro. Howie lebt in diesem Strandhaus in Florida. Nummer 3 ist AJ McLean. Der Sänger lebt in diesem Traumhaus in Los Angeles. Nicht zu vergessen Brian Littrell. Der Frauenschwarm lebt in diesem ruhig gelegenen Haus in Georgia. Zu guter Letzt Kevin Richardson. Es ist sehr schön, euch wieder zu sehen. Von seinen Deutsch-Skills sind wir beeindruckt. Aber auch sein Haus in Santa Clarita in Kalifornien kann sich sehen lassen. Na, wo sind unsere Boyband-Fans?